Hey du, ja genau du, du wolltest schon immer meine Playlist haben, dann schau doch mal in die Beschreibung, da hast du einen Download Link, bei dem du die Playlist, die ich vorher dir momentan benutzt habe, reingestellt habe, dort könnt ihr sie downloaden und habt dann alle Lieder, die ich vor wenigen Monaten auch hatte. Hier ein kleiner Ausschnitt aus einigen Liedern hier. Oder sowas. Oder sowas. Auch ein bisschen Hardstyle ist dabei. Oder hier ist auch ein wenig Hardstyle. Und wenn ihr jetzt selber was von der Musik heulen wollt, dann schaut euch das an. Schaut doch bitte unten in der Beschreibung, da ist ein Download Link und da sind alle Lieder von meiner Playlist drauf. Dort könnt ihr doch mal gerne mal reinhören. Wenn ihr die Playlist für eure Videos benutzen wollt, das könnt ihr jetzt gerne machen, denn die gebe ich jetzt offiziell frei. Und jetzt könnt ihr sie gerne benutzen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.